Arbeiteten der Professor und ich daran, unsere Kräfte zu kontrollieren. Aber Stein erkannte, dass der Weg zum Sieg über Brainiac darin bestand, sie zu verlieren. Ich hatte korrekt berechnet, dass eine Überhitzung seiner Triebwerke Brainiac schwächen würde. Doch unsere Quantenstörung löste eine unerwartete Kettenreaktion aus. Das Schädelschiff explodierte und mit ihm alle Städte, die Brainiac von der Erde gestohlen hatte. Metropolis, Coast City, alle. Wir dachten nun seien wir echte Helden, zu denen man aufschaut. Wir hatten die wahre Pflicht eines Helden vernachlässigt. Andere, um jeden Preis zu schützen. Wir sollten diesen Fehler nicht nochmal machen. Trotzdem, wenn du uns jemals brauchst, Batman. Wir sind hier.